Wir schreiben das Jahr 2050. Rund 270 Jahre nach dem Beginn der industriellen Revolution hat sich die Menschheit in zwei Lager aufgespalten. Die Klimaschützer unter Leitung der als Zeitreisende jung gebliebene Greta Thunberg und die Klimagegner unter Leitung des senilen Rentners Donetsch... Ist er nicht schon tot? Und am Ende der Sendung erreicht uns noch eine brisante Neuigkeit. Der Kampf der verfeindeten Klimaschützer unter Führung von Greta Thunberg und den Klimagegnern hat eventuell einen neuen Höhepunkt erreicht. Ganz genau richtig, denn nachdem die junge Schweden im Frühjahr 2019 eine globale Klimabewegung ausgelöst hatte, hatten sich die unterschiedlichen Positionen zum Klimawandel in einem Wandel des Gesellschaftsklimas immer klarer herauskristallisiert. Zwar konnte die Irreversibilität des Klimawandels mit dem Erreichen der 1,5 Grad Klimaziele vom Anfang des Jahrhunderts im Jahr 2033 vorerst noch aufgeschoben werden, doch noch immer kämpfen beide Parteien verzweifelt um die Gunst und den Aktivismus der Menschheit. Mit einem eigens von Greta Thunberg entwickelten neuen Gesetzesentwurf könnte nun beschlossen werden, dass weltweit nur noch Baumhäuser gebaut werden dürfen. Die Reaktionen der Parteien stehen noch aus. Der Baumpreis und die Wartezeit auf Bäume werden voraussichtlich steigen. Wir kommen zum Wetter. Das Wetter wird präsentiert von Check 1,5 Grad Celsius. Das ist Greta. Mit dem Check 1,5 Grad Celsius Klimazielvergleich hat Greta in 30 Jahren über 543 Milliarden Tonnen CO2 gespart. Und jetzt fühlt sie sich... Fühl auch du dich, Check 1,5 Grad Celsius, mit dem weltweit größten Nachhaltigkeitsvergleich. Check 1,5 Grad Celsius. Hier, checkt Greta. Das Wetter der nächsten Tage dürfte Greta gar nicht gefallen. Wir erwarten Wolkig mit Aussicht auf Köttbulla. How dare you? Das Wetter wurde präsentiert von Check 1,5 Grad Celsius und CO2. Can't do. 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 Untertitelung des ZDF, 2020